das Gehörte ist fertig für die Wettbewerke die Fächer Waschbären Fettwanz es ist nicht anreifen er kommt schon auf dich zu macht sich bereit es ist durch die durchschnittlich auch die Habe der Schichtstand verbessert das ist ein Landvolk es geht los jetzt kommt es Ja, der macht dich fertig. Jetzt habe ich aber Angst. Ich sehe es. Du darfst auch da angreifen, ja. Du kannst gleich das an. Den da noch. Töten. Aber die schießen doch eigentlich auch von selber, oder? Ja. Ja, ja. Er hat gesehen, dass da Waschbeeren kommt. Nein, die haben sie nicht. Nein, sie haben nicht vertrieben. Nein, lauf nicht weg! Dann sieh' dich nicht mehr! Komm zurück! Bei Fuß! Weil der Waschbeeren. Die haben wir noch gar nichts getan. Haltet sie von uns fern. Seid bereit, Bogenschützen. Haltet eure Bögen bereit. Jetzt brauchen wir aber noch 6.000... Nee, 600. Rechnen ist meine Stärke. Ja. Was war das? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Okay. Macht man nicht nochmal. Ist gut. Oh, coole Zahl. Jetzt ist es vernünftig. Waren 1111. Oder wie Bilbo Bolkin sagen würde Euer werde ich 111. Ja. Nein, keine Ahnung. Habt den ersten Film schon lange nicht mehr gesehen. Ist meiner Meinung nach auch der langweiligste. Ja. Ich meine, wenn das einzig Aufregend im Film ist, dass Borum hier stirbt, das ist ein Film. Sorry, ich hätte den gar nicht herzahm geschrieben. Sannend euch, Jäger! Der kann jetzt nix. Wirklich gar nix. Doch, sterben. Ja. Und selbst das haut nur mit. Mit Hilfe. Ja. Kann er nicht mal selber machen. Mann, hey. Oh, der Kopf ist aufgestiegen. Ja, das sieht schon. Dahinten auch schon. Dass er hier schon verdreigt. Jetzt hat er schon. Wir wurden ja auch noch oft und viel gefragt, wie ist es mit Schlachten mit Rd2 und... Aufstieg des Hexenkönigs. Willst du das machen? Das ist was nicht. Also, böse Kampagne wurde ich auch gefragt. Sagen wir mal so. Ich hab jetzt gedacht, mach mal die gute Kampagne, weil schlecht und mittelerde... Schlecht und... Weil gut und mittelerde zu langen ist. Nein, Herr. Weil ich die gute Kampagne in- und ausländisch gekannt habe. Ich hab das schon oft gespielt. Auf schwierigen... Auf schwierigen Stufen. Und ja. Hatte daher kein Problem da auch mal ein Frap. Frap. Mann. Bin ich heute... Ich bin hundertprozentig auf dem Damm. Ja, du bist... Sagen wir so, du bist physisch abwesend. Äh, physisch anwesend. Physisch abwesend. Also, was ich eigentlich sagen wollte, die böse Kampagne kenn ich nicht so gut und... Die schwere Rüstung ist fertig! Ich hab immer Freude, wenn ich so am Ende der Kampagne sehen kann, welche Truppen ich seit Anfang an habe. Und wenn dann die irgendwie anderthalb tausend Orks gemetzelt haben, durch die ganze Kampagne durch, dann hab ich immer Freude. Bei den Uruk-Kai hast du Glück, Oh, da kann man noch... Woho, oh, ups... Oh, zwei, drei... Hundert... Zwei, drei, hunderttausend. Die geschmiedeten Klingen sind fertig! Können wir dann schauen. Es geht los. Ja, geht noch gar nicht. Du darfst da... bisschen helfen. Hm. Ich find... Der Bauer... find ich mutig. Ja. Der macht da weiter. Ich fahr die Erde rein und... Wird da belagert und kann wieder. Das ist so'n richtiger Schweizer Bauer. Alle kommen gegen mich sein und ich mach mein Ding weiter. Das neue Upgrade ist bereit! Was? Das Mauletrehen da. Mauer beim Griff. Ist schwer beim Griff, so groß. Du darfst... Du darfst... Immer noch... ...dach aufschießen. Danke! Der will das Gehöft nicht öffnen. Du darfst da aufschießen. Wow! Du darfst da aufschießen? Wir haben ein neues Gehöft! Willst du noch die Bauer auf? Ja, klar! Nein, das ist jetzt die letzte Stunde eines Gehöftes. Wir holen noch so viele Ruhig-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V. Wenn Blicke töten könnten... ...wär es... ...wär es... ...wär es... ...wär es... ...nur noch eine Stimme. Ja, die Frage ist... ...wär ich... ...mh... 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 ...sammelt euch, Jäger! ...seid bereit, Bodenschützen! Wir sind ein starkes Volk! Die Frage ist, wirst du jetzt die Rohrstoffe dafür brauchen, oder ob das müssen wir... ...wenn ich... ...wenn ich sie etwas aufbessere, packen sie ein bisschen länger durch. ...mh... ...mh... ...weiß noch nicht... ...warten wir mal einen Pfeil... ...holtet sie von uns fern! ...einen Truppefeuerfeier wäre nur praktisch, wenn da eine Ramme hinkommt... ...oder so... ...einmal... ...wo? ...oh, guck mal, da hat jetzt was gebaut! ...egal... ...mach ich kaputt! ...heh... ...heh... ...dick nix, da kaputt! ...oh, da kommt schon eine Ramme! ...hohohoh... ...mach mal alles... ...du auch! ...nach rauf! ...du...nach rauf! ...nach rauf! ...nach rauf! ...nach rauf! ...nach rauf! ...hohohoh... ...hohohoh... ...ja, komm... ...das Besse ist jetzt, wenn die jetzt da drauf fallen... ...das repariert immer noch! ...ah, schief! Haltet die von uns fern! ...seid scherpfer! Freisassen! ...jab! ...oh, hier kommt der jetzt noch vor der Zeit... ...wehe ja nicht, dass sie beim ersten Anschluss getötet werden... ...und man wird jetzt noch näher an der anderen... ...nach rauf! ...nach rauf! ...und wir haben damit... ...und unsere Feinde! ...zu sind hier! ...unster Ramme... ...nächste Ramme! ...unster Land dürfte lagern! es es ist nicht ein wir müssen die wälder schützen jetzt haben wir dafür einen Notfall also ich kann schon mal sagen dass hier tonnenweise Oaks stehen meinst du? ich denke es sie warten jetzt nur darauf dass da mal siehst du? Oha Oha Batsch hey wir wollen die jetzt kaufen haut wieder ab